Liebe Projektpartnerinnen und Partner, da wir uns aktuell leider aufgrund der außergewöhnlichen Situationen nicht persönlich austauschen können, möchten wir Sie auf diesem Wege über die Entwicklung und die weitere Planung im Projekt Future Boards informieren. Das Projekt ist im Oktober 2019 gestartet und befindet sich zurzeit in der ersten Phase der Umsetzung. Bevor wir Ihnen noch einmal einen Überblick über das Projekt und seine konkreten Maßnahmen geben, möchten wir Sie auf den aktuellen Stand in der Corona-Krise bringen und erläutern, welche Einschränkungen die Krise für das ZDI-Zentrum Mönchengladbach nach sich ziehen. Durch die Corona-Krise ist die Planung für Veranstaltungen zur MINT-Förderung und bzw. oder zur Berufsorientierung aktuell sehr schwierig. Nach aktuellem Stand ist derzeit noch unklar, ob und wann die Schulen nach den Osterferien wieder starten werden. Für außerschulische Veranstaltungen wie beispielsweise Wandertage, Klassenfahrten oder Museumsbesuche gilt aber schon jetzt ein Verbot bis zu den Sommerferien. Für das ZDI-Zentrum Mönchengladbach hat dies zur Folge, dass die Kurse nicht mehr regulär, sondern nur noch als Online-Angebote durchgeführt werden können. Um den Schülerinnen und Schülern weiterhin ein attraktives Angebot bieten zu können, arbeitet das ZDI-Zentrum Mönchengladbach mit Hochdruck an der Ausweitung von Online-Angeboten. Pflichtelemente im Rahmen der landesweiten Initiative K.O.A. – Kein Abschluss ohne Anschluss – sind vom Schulministerium weiterhin erlaubt worden. Dazu zählen beispielsweise unsere MG Connect Business Tage und die Berufsorientierungsmesse Beruf Konkret im September 2020. Ob die Bundesregierung allerdings diese und andere Veranstaltungen aufgrund der Höhe der Teilnehmerzahlen dennoch untersagt, ist aktuell weiterhin fraglich. Kommen wir nun zum Projekt Future Board und der Überlegung hinter diesem Projekt. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels haben Angebote im Bereich der Berufsorientierung an oder für Schulen im Raum Mönchengladbach deutlich zugenommen. Diese im Allgemeinen positive Entwicklung bringt jedoch eine Fülle an Werbeangeboten mit sich. Wie schaffen es also kleine und mittlere Unternehmen am Standort Mönchengladbach im Überangebot sichtbar zu bleiben? Wie erreicht man überhaupt noch die Aufmerksamkeit bei der Schülerschaft? Wie können MINT Berufsbilder attraktiv beworben und Schulen bei der Kommunikation der Angebote unterstützt werden? Und wie kann man Schulen unterstützen, das Thema Berufsorientierung attraktiv und regional ansprechend zu kommunizieren? Im Zuge des Projektes sollen diese Problemstellungen durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen angegangen werden. Im Rahmen des Projektes sollen zunächst an zehn weiterführenden Schulen in Mönchengladbach digitale Präsentationssysteme installiert werden. Diese können mit aktuellen externen und schulinternen Informationen zur Berufsorientierung und MINT-Themen bespielt werden. Parallel werden die Inhalte crossmedial auf anderen Kanälen publiziert und gegebenenfalls um Videos zum Thema Berufsorientierung für die Zielgruppe Eltern ergänzt. Weiter sind sogenannte Pitches geplant, bei denen die Unternehmen ihre aktuellen Informationen vorstellen und Schülerpeergruppen diese bewerten und gemeinsam überarbeiten können. Die gewonnenen Erkenntnisse über eine zielgruppengerechte Ansprache sollen schließlich in Workshops an Schulen und an Partnerunternehmen weitervermittelt werden. Die digitalen Präsentationssysteme bieten sowohl für die Unternehmen als auch für das CTI-Zentrum und die Schulen die Möglichkeit, eine Vielfalt an Informationen darzustellen. Unter anderem können Unternehmen Anzeigen für Ausbildungs-, Praktikums- und Studienplätze darstellen sowie Informationen zu Berufsorientierungstagen veröffentlichen. Aus Sicht des CTI-Zentrums Mönchengladbach können CTI-Kurse beworben und interessante MINT-Fakten vorgestellt werden. Ebenfalls kann die Zielgruppe der Eltern über Videos zum Thema Berufsorientierung angesprochen werden. Je nach Funktion der Präsentationssysteme ist bei einem Touch-Bildschirm die Anmeldung zu CTI-Kursen über das System denkbar. Den Schulen ist es ebenfalls möglich, schulinterne Informationen aus dem Schulalltag wie Mensapläne, Vertretungspläne oder Schulnews zu veröffentlichen. Weiter können Informationen zu Schulexkursionen oder ein Veranstaltungs- bzw. Terminkalender geschaltet werden. Die Präsentationssysteme sind aber kein Medium für Werbung, für Produkte oder Dienstleistungen von Unternehmen. Dies ist ausgeschlossen. Die Schüler sollen insgesamt mit diesen Maßnahmen auf eine moderne Art angesprochen werden, um folglich eine erhöhte Aufmerksamkeit und Reichweite zu generieren. Im Allgemeinen soll die Umsetzung des Projektes mit drei übergeordneten Zielen einhergehen. 1. Branchenunabhängige kleine und mittlere Unternehmen sollen für das CTI-Zentrum Mönchengladbach gewonnen und mit eingebunden werden. 2. Unternehmen profitieren vom Erkenntnisgewinn über die Zielgruppe Schüler, wodurch ein sichtbarer Mehrwert für Unternehmen bei der Fachkräftesicherung geschaffen wird. 3. Weiter wird mit der Förderung der Reichweite und einer Steigerung der Attraktivität der Angebote eine Erschließung weiterer Zielgruppen für die Berufs- und Studienorientierung angestrebt. Obwohl sich das Projekt derzeit noch relativ am Anfang befindet, haben wir bereits für die Installation der ersten digitalen Präsentationssysteme in den Schulen vier Pilotschulen unterschiedlicher Schulformen gewinnen können. An diesen Schulen werden die ersten Präsentationssysteme aufgestellt und mit Inhalten bespielt. Die nächste Zeit möchten wir nun nutzen, das Projekt weiter voranzutreiben, um gemeinsam mit Ihnen die weiteren Schritte im Projekt anzugehen. Dazu möchten wir mit allen Projektpartnern Ideen zum Bau der Präsentationssysteme zusammentragen, um sich im nächsten Schritt mit dem Schulamt abstimmen zu können. Für den nächsten Schritt in unserem Projekt möchten wir Ihre Meinungen und Wünsche mit einbeziehen. Da aufgrund der besonderen Lage derzeit eine persönliche Absprache nicht möglich ist, möchten wir mit Ihnen eine kurze Online-Umfrage durchführen. Im Rahmen dieser Umfrage möchten wir sowohl Unternehmen als auch Schulen hinsichtlich ihres Marketings und ihrer Maßnahmen zur Berufsinformation bzw. Berufsorientierung von Schülern befragen. Anhand der Ergebnisse soll eine erfolgreiche Ansprache für die Zielgruppe der Schüler abgeleitet und entsprechende Inhalte an den Schulen platziert werden. Die Schulen werden zusätzlich zu ihren Wünschen und Ideen für eine optimale Umsetzung der digitalen Präsentationssysteme befragt. Dazu möchten wir Ihnen zunächst ein wenig Input zu möglichen Präsentationssystemen geben. Im Allgemeinen bietet der Markt unterschiedliche Modelle von digitalen Präsentationssystemen an, welche über verschiedene Funktionen verfügen. Grundsätzlich besteht die Option, die Präsentationssysteme mit einer Touch-Funktion auszustatten. Weiter können die Systeme nach freistehenden oder z.B. an einer Wand befestigten Modellen unterschieden werden. Verfügbare Präsentationssysteme sind mit Standfuß-Infostählen oder Alternativ-Tables bzw. ohne Standfuß-Monitore. Neben unterschiedlichen Formateigenschaften besitzt die Infostähle die Möglichkeit, einen Bildschirm oder zwei Bildschirme jeweils auf einer Seite zu installieren. Bei dieser Fülle an Optionen ist bei den Funktionen zu beachten, inwieweit eine Anwendbarkeit in den Schulen vorstellbar ist. Die jeweiligen Funktionen der digitalen Präsentationssysteme bringen in ihrer praktischen Anwendung diverse Vor- und Nachteile mit sich, die bei der Wahl eines Präsentationsmodells für die Schulen zu beachten sind. Exemplarisch haben wir hier einige Vor- und Nachteile aufgeführt. Zum Schluss möchten wir Sie bitten, an unserer Online-Umfrage teilzunehmen. Unter diesen Links gelangen Sie zur Umfrage für die Unternehmen und für die Schulen. Zu Beginn der Umfrage wird Ihre E-Mail-Adresse abgefragt, sodass für die Auswertung eine bessere Nachvollziehbarkeit der Antworten gegeben ist. Dies ermöglicht uns, Ihre individuellen Probleme und Wünsche zu erfassen und im Anschluss noch einmal im persönlichen Austausch mit Ihnen darauf einzugehen. Insgesamt nimmt die Umfrage mit maximal zwölf Fragen lediglich fünf Minuten in Anspruch. Die Umfrage ist bis zum 24. April freigeschaltet. Sollten Sie die Links an Ihrem Endgerät nicht direkt anklicken können, finden Sie diese auch im Text unter dem Video auf unserem MG Connect YouTube-Kanal. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und uns Ihre Antworten und Anregungen zusenden würden. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund!